Hallo zusammen, ich bin Anja und heute darf ich euch etwas über die Vorteile des Spital Männendorf erzählen. Mit dem Spital Männendorf verbinde ich Begriffe wie moderne Anstellungsbedingungen und Qualität. Natürlich gibt es da noch weitere Vorteile. Zum Beispiel fördert es die Anreise mit dem ÖV. So fahre ich dank meinem ZVH-Bonus-Pass täglich günstig zur Arbeit und schone dabei sogar die Umwelt. Als Fachperson werde ich durch zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützt. Dazu kommen Kurs wie zum Beispiel Umgang mit Alltagsstress, Führungsfähigkeiten oder die Förderung der körperlichen Gesundheit. Damit die den ganzen Tag gut verpflegt sind, haben wir ein tolles Restaurant mit feinem und preisgünstigem Essen. Es gibt jederzeit gratis Mineralwasser. Und der erste Kaffee am Morgen. Der ist auch gratis. Durch unterstützte Teilzeitarbeit in einer eigenen Kita und diversen Preisreduktionen bei Freizeitangeboten bringt man locker Familie, Job und Freizeit unter einen Hut. Für mehr Infos und weitere Vorteile könnt ihr bei uns auf der Webseite vorbeischauen oder nehmt euch einfach mit uns Kontakt auf. So, zurück an die Arbeit. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Musik 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 Musik